Die nächste Folge von Giant Assisters. Ich bin der nächste Toffee-Film. Was geht denn los? Ach ja, ich hab rausbekommen, wo ich hingehen muss. Verdammt. Das war jetzt dämlich, richtig dämlich. Okay, so. Wieso hab ich das vorhin nicht gesehen? Meine Füsse. So, jetzt haben wir schon zwei. Jetzt den dritten. Und wir haben's geschafft. So. Okay, nächste Welt. Ah, geil. Richtig geil. Hm. Aha. Oh. Oh! Okay. Okay. Hast du echt Glück gehabt? Meine Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay. Okay. Geil. Getötet. Irgendwie denke ich, dass da oben was ist. Okay, ist nicht. Okay. Okay. Maybe down toffee tea? Okay. Ah, okay. Das war echt knapp. Okay. Okay. Schaut. Geht doch. Mhm. Okay. Was? Ah, leck mich. Boi. Wie? Wie? Was? Wie? 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 Okay. Komm runter. So, ihr endet... Okay. Komm her. 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 Ah, okay. Aber ich habe gespeichert. Ich habe gespeichert. Okay, das war knapp. Ungeschafft. Musik ist wieder mal klasse. Ey, das war so eine kleine Berührung hier. Das war so eine kleine Berührung. Das war so eine kleine Berührung. Das war so eine kleine Berührung. Oh mein Gott, kannst du nicht mehr zurück, oder was? Oh mein Gott, kannst du nicht mehr zurückkehren? 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 Naja, mir wenigstens sind ja gleich schon mit der Welt fertig. Und meine Süßen? What the fuck? Wie hab ich das gerade gemacht? Kein... Ach so! Verpiss dich, Krabbe! Komischerweise kann man die nicht töten. Den zweiten hab ich auch schon. Muss ich ein bisschen fliegen anscheinend? Okay. Und geschafft! Eigentlich mach mal ein leichtes Level. So, vorletzte Stage. Dann sind wir wieder vom Schloss. Okay. Hier gibt's wieder einen roten Kristall, hoffe ich jetzt mal. Oh nein. Verpiss dich, Geist. Dankeschön. Jetzt da rein. Okay, ich hab' ich schon gedacht, dass es da sein muss. Okay, weiter geht's. Ich wurde wieder gestört. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, die Lime säge mich zu stören. Äh, wie gesagt, sie sich zu verstören. Ich meine zu stören. Wenn ich denn schon sage, dass sie klopfen müssen. Nein! Kommt einfach mal rein. Kommt einfach rein. Ich hab' ja nichts zu verbergen. Das war ein bisschen voreilig. Okay. 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 Das war jetzt mal genial gemacht worden von mir. Ganz genial gemacht. Ich hab' ja nichts zu ver. Ich hab' ja nichts zu verbergen. Ach so, okay. Ah, Mann, oh Mann. Ich warte jetzt mal. Geschafft. Bosskampf. Bosskampf. Voll das hässliche Viech. Oh, ich hab' gewonnen. Und jetzt die Welt. Ja, aber erstmal hier hin. Eux. Dann hinten habe ich nicht geht. Das war knapp. Das war knapp. Wieso bin ich nur so genial? Aber wir machen im nächsten Partie weiter.